Herr Führer, Sie suchen also an, Berlin zu verlassen. Mein Führer, wie Sie wissen, sind alle ärztlichen Administrationen und Verbände, die der SS und Himmler unterstellt sind, inzwischen aus Berlin abgezogen. Himmler ist ein Verräter. Er wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Mein Führer, als Reichsarzt SS gibt es für mich keine Aufgaben mehr hier. Ihr Anzug in Berlin zu verlassen ist ganz und gar unakzeptabel. Meine Familie, falls die Russen mich... Ich muss hier weg. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Wir sprechen ein andermal darüber. Wir sprechen ein andermal darüber.